. Hier ist Isabell. In zwei Tagen im Ort und einiger Mensch. Da steht ja nirgends. Gurtag. Doch, das ist zu! Habe ich dir gesagt, habe ich dir gesagt. Komm mit dem Wein, hallo schon. Grüß dich, kommt's rein. Danke. So, guck. Ja, Punkt gemacht. Glück hatte, gell? Hallo, Dere. Hallo. Setzen Sie bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir leben in einer besonderen Zeit. Manchen Leuten macht es Angst. Zunächst einmal. Aber manchmal muss man einfach nochmal hinschauen. Und genau darüber wollen wir einen Film machen. Der ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Ich bin Isabel von Thuh. Ich bin die Regisseurin. Und ich bin Sanne Kurz. Ich bin die Kamerafrau. Ich bin Barbara Lackermeyer, die Produzentin. Aber heute als Kamerafrau unterwegs. Worum geht es eigentlich? Es geht um zwei schwäbische Rentner, die Wanderurlaub machen. Und großen Hunger haben und deshalb einen Gasthof suchen. Genau. Und den finden sie auch. Und werden wahnsinnig herzlich willkommen geheißen. Und bekommen sehr, sehr gutes Essen. Aber es ist gar kein Restaurant. Sondern es ist ein Flüchtlingsheim. Dreh weg. Genau. Ja, und weil Filmemachen sehr teuer ist, deshalb brauchen wir eure Unterstützung. Und deshalb machen wir ein Crowdfunding. Crowdfunding? Was ist denn das? Danke. Viele Leute unterstützen ein Projekt und so kommt es zustande. Genau. Und ihr gebt uns euer Geld und dafür bekommt ihr diese Dankeschöns da drüben am Rand. Oder ihr sagt allen Bescheid, die ihr kennt. Und gebt uns euer Geld und sammelt die Dankeschöns ein. Wenn dann da oben ein riesengroßer Betrag steht und ihr trotzdem noch spendet, dann wollen wir das übrige Geld aus dem Crowdfunding auch spenden. Und wohin genau, könnt ihr alles unten lesen. Genau. Ihr könnt also gar nicht zu viel spenden oder ihr könnt uns gar nicht genug unterstützen mit diesem Projekt. Weil wir eben auch noch echten Menschen in der echten Welt helfen wollen. Und dann sehen wir uns alle im Kino. Und dann sehen wir uns alle im Kino.